Offline. Bäm. Oh, oh, irgendwas war da. Warum ist es so dunkel auf der Planeten? Ach so, wir sind ja auf der anderen. Wir sind ja noch hier. Ich gucke mal, was wir brauchen für diese Akkus. Mittelgroße Rover. Wo ist der... Große Drucker. Hier ist mein Labor. Melthoven. Was? Melthoven steht da. Mittelgroße Zilo. Was ist das? Drucker? Okay. 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 Ach, shit. Wir müssen nach Hause. Wir brauchen noch Zink. Und zwar auch ein Zink immer. Aber hier ist eine fette Batterie. Ja, die habe ich gefunden. Mittelgroße. Ja, habe ich letztens gefunden. Warum sterbe ich gerade? Die lädt. Ja. Die lädt. Aber extrem alt. Die lädt, weil das scheiß Windrad sich gerade bewegt. Aber ein Windrad hat gute Power. Ja, gesagt. Und noch zwei. Ein mittleres hier. Ja, das habe ich auch hergebracht. Große Windturbine und... Das war hier um die Ecke. Da oben auf dem Berg. Wo du am Anfang gebaut hast. Da bin ich etwas rein. Und dann steht da so dein Ding und die Batterie. Hätte einfacher sein können. Aber wir müssen ja erst immer buddeln. Oh ja, die Alubia Ballantyne ist gekommen. Echt? Ballantyne? Mit Cola. Ich weiß nicht. Geil. Ich habe mich schon lange nicht mehr abgeholt. Wo sind die restlichen Tanks? Wo habe ich die wieder hingeschmissen? Nein, ich habe keine. Die sind doch auf dem großen Silo. Ach, hier. Oder meinst du Sauerstofftank? Auf diese Silo. Nein, nein. Ja, ja. Sauerstoff. Aber wir fliegen doch nach Hause, oder nicht? Hier schaffe ich das nicht zu bauen. Die Silo, alles drauf und ciao Kakao. Ach so, wir haben die Sachen da, ne? Ja, die haben wir vorbereitet zum Nachhausefliegen. Oder nicht? Das sollte hier... Alter, was ruft. Mein System schmiert ab. Oh, das ruft. Hallo. Hallo? Hallo? Ja... Das Audio ist noch Blue-Wid. Hier, wie immer, keine Energie. Viel Wind ist hier, ja, sehr viel Wind. Viel Wind um nichts. Ich würde sagen, die mittelgroßen Silos können wir hier stehen lassen. Die Behälter würde ich mitnehmen, das hier. Ja, das packe ich dann sofort da drauf. So, das kommt hier drauf. Dann haben wir vier Stück davon. Das macht mal 33 x 4. Das macht eine stolze Summe. Das gibt viele Akkus. Fast 100, ne? 33 x 4 vom Porsche. Aber hier liegen noch so viele, die muss ich da noch drauf packen. Ja, ich habe hier noch ein Silo, vielleicht nehmen wir das noch mit. Ja, nimm das mit. Das muss mit, weil da viel noch drauf ist. Dann packe ich das da mit drauf. Ja. Ja, können wir ein bisschen von dem Gedöns hier. Ja, das ist sehr gut. Soll ich mal? Danke. Okay. So, bisschen Alu. Weiß nicht. Sollen wir Alu mitnehmen? Nein, lassen wir hier. Scheiss egal. So. Was ist das? Hallo, 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 hallo. Ja, hallo. Hier ist noch einer. Den packe ich auch da drauf. Seid ihr noch? Eine Erdzentrifuge haben wir hier? Äh, nö. Kann man hier lassen, oder? Weiß nicht. Oder woanders mitnehmen? Boah, hier ist noch Silo mit viel Dings. Nebst der Planet. Ja, wir haben ja hier keine Zentrifuge gebraucht. Hast du da noch Plätzchen? Für Dings? Auf dem anderen? Oder ist der voll? Nein, das ist voll. Okay. Das da ist voll. Packen wir einfach so da drauf. Scheiss egal. Wir müssen ja nur nach Hause Batterie losbauen. Der Drucker wird sterben. Ich glaube, oh ja, lass mal hier den Drucker mitnehmen. Dann können wir zwei zu Hause laufen lassen. Warum zweiten Drucker? Damit die beiden Batterien ballern. Ach so. Ich mache Massenproduktion. Ich muss verkaufen. Das ist ein Teslawerk. Ja, Mann. Oh, jetzt ist mir warm. Ja? Warum? Was ist bei Sonterm und Hörbaten? Probably hat Z shirt oder Hörbaten. Ja, ich schrank habe ich noch einen jeden Tag. Ich weiß, ich habe für mich noch einen Tag. Ich kann die Liceum leicht. Ich kann ihn mehr auf. Ein Liceum nicht mehr. Ich kann diese den Drucker und ein... Ich kann das wiederholen. Weil wir kommen... Ich kann eine Luftfläche aus. Glas kann man alles da lassen. Ja, ja, das lassen wir hier. Hydrazine. Die Rova lassen wir auch hier. Mal gucken, wie viele Batterien. Hydrazine kann man auch lassen. Rova hier lassen. Kommen wir noch einen Sitz? Ah ja, du musst ja einen Sitz, glaube ich, mitnehmen. Dann baue ich mir dann einen. Kann ich das nicht im Kofferraum machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Voranpassung, Dynamit, Flutlicht, Leuchtstäbe, Verpackung, Drucker. Hier, scheiss drauf. Rein damit. Ah ja, wir müssen sowieso mit einem fliegen immer. Ja. Und wenn einer alleine fliegt, dann braucht er nicht. Ja, okay, cool. Ja, warum läuft der nicht hier, diese Knödel? Arbeiten, Kurva. Verrückter Hund. Verrückter Hund, du. Das sieht so geil aus, ne? Fast realistisch. Und am Ende ist das zu, Junge. Stört mich irgendwie. Ich brauche einen Update. Aber wenn du nicht gewusst hättest, dass es so geht, würdest du von vornherein sagen, das klappt doch eh nicht, Alter. Was habe ich da gebraucht? Ja, explodiert wieder, explodiert wieder rum irgendwie. Da habe ich die Titan. Brauchen wir Titan drüben? Äh. Oder haben wir genug? Ja, das ist eh dieses... Ja, das waren ja nur drei Stück, ne? Oder? Viel war das ja nicht. Ja, können wir, ne? Batterie ist leer. Das soll hier... Warte, RPG hast du, oder? Ich habe zwei. Hast du zwei? Ich hatte zwei. Ich hatte zwei. Warum auch nicht? Voll gierig. Voll gierig, Alter. Ja, Mann. Besser als Verlierer. Ja. Eigentlich fliegen wir nur nach Hause zu produzieren, ne? Ja, bla bla bla. Ja, und dann fahren wir den nächsten Planeten. Deinen Planeten, was du wolltest. Ja, okay. Bin ich dabei. Dann müssen wir hierhin kommen und die Sachen abholen. Warte. Rover. Die würde ich schon mal... Kannst du keine bauen? Ja, dann pack die doch ein. Meinst du? Hast doch Platz hier. Ich bin doch Handelsfachverpacker. Kurwa. Das habe ich schon verdrängt, Junge. Was? Dass es sowas gibt. Ja, okay. Dann müssen wir hier zweimal verpacken. Rovasitz und so. Aber Rovasitz passt in den Rucksack, ne? Ah, shit. Wo fährst du hin, du Spasti? Oh, nee, ne? Andere Wortwahl, bitte. Vernünftig, ja. Vernünftig. Entschuldigen. Ich habe... Wundern, dass du nicht 4.000 Zuschauer hast. Ja. Monte hat 15.000. Ja. Alle, alle voll. Und der kann auch zocken. Ja. Warte, den Rovasitz brauchst du nicht verpacken. Doch, nicht. Der kann ja so auf das Ding drauf. Der hat ja 2er Dings. Den kannst du so mitnehmen. Nein. Warte. Ich probiere mal irgendwas. Na, dann macht er den wieder ab. Ja. Du kannst... Du musst ihn doch drauf machen. Vielleicht bleibt er. Nee, bleibt nicht. Dobra. Warte. Marsch. Mach mal drauf. Kannst du ausprobieren. Mach drauf die Scheiße. Hauptsache, der wird nicht nach oben teleportiert irgendwo. Nee. Wäre zu schön. Nein. Super. Explode. Komm her aber. Wo willst du den hin tun? Ja. Na, auf diese große Dings. Da oben. Zick. Ach, da sind Plätze ohne Ende von dieser Doppeltin. Hoppje. Oh. Hoppla. Äh, da ist noch Platz. Für Megaturbine. Die ist ja hier sehr viel wert. Ich würde die gerne mitnehmen, ne. Diese Megaturbine XYZ. Lass mal neue bauen. Ja. Weil dafür brauchst du ja vier Steckplätze, ne. Das würde genauso unten hier hin passen. Ja. Das vielleicht. Ne, egal. Ja. Machen wir. Nein. So, Abflug. Ähm. Ja. Können wir mal. Was schliebemoi. Treibstoff. Treibstoff. Vielleicht nehmen wir die Kleine mit. Für den Anfang. Keine Ahnung. 67 Prozent. Ja, ohne Ende. Welche Kleine? Die hier? Ja. Die kannst du so da drauf stecken. Ohne verpacken. Hier unten rein und fertig. Ja, Mann. Für den Anfang. Für den Anfang gut auf die neue Planet. Oh, der macht sogar Wind für unser Ding. Fahrtwind. Fahrtwind. Sowas musst du auf Tesla bauen. Ja, Mann. Hast du Perpetuum mobile. Steigen sie ein. Schneller du fährst. Du fliegst. Na, ich fliege. Soll ich dich mitnehmen oder nicht? Ich warte hier so lange. Batterie ist gerade voll. Ciao. 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 Up to Sylwia. Ja? Ja nie mogę pić. Jak mi szybko zarżnęło dzisiaj ty. Jak mi szybko zarżnęło. Stadne das meine Fronisch Mytheurenkandy ist fan von Daniel. Labanisch. Von Daniel Texten beim Zocken. Die hat so genossen, als wir früher Play sie gezockt haben. Dieser Ford. Minecraft. Ja. Das war für die besser als Netflix, glaube ich. Du und dein Homik. Ne, von Romek. Ja, Romek. Das war eine schöne Zeit. Ja, wo ist der? Was haben wir denn hier? Das war genau, oder? Ja, ja. Warte, du kannst mit G ganz schneller drehen, glaube ich. Ja, aber dann verpasse ich wieder. Ja, mit B. Warte, warte. Stopp. Stopp. Siehst du? Rechts unten. Rot, rot. Mach mal weg. Ja, ja, ja. Hier. Diese. Heimat Basis. Das ist, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich sage dir. Oh, home sweet home. Alabama. Hehehe. 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 Den und rasen wird schon. Hehehe. Hier kannst du bauen. Du. Hehehe. 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 Produzierte. Ein Lithium steht da drauf. Hehehe. Wir brauchen eine Kanister voll Zink oder so. Ja, gib mir Kanister. Kann man leer machen? Äh, hier müssten noch leere sein. Die sind sogar verpackt. Da, auf diesem Traktor. Drei Stück sind da. Nehm dir eine. Hinter dem großen Silo hier auf dem Traki. Das, was du eben rausgeholt hast aus der Rakete. Ja, ja. Da, 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 dahinter. Ah, die drei. Ja. Ressourcen. Karnierstatt. Ressourcen. Oh. Warte. Warte. Zink. Kohlenstoff. Zink. Auch da ist genug. Ja, ohne Ende. Zink. Wir haben viele Zink. Zinkbländer. Soll ich dir helfen? Oh, das ist gut. Ja. Ich kann zwei auch reinschweißen, wie du Bock hast. Schaffen wir zwei. Oh, der ist nie zu langsam. Ich glaube, wir müssen Zink abbauen. Oh, wie viel hat der? Cool. 32 genau. Cool. Dann haben wir 32 Akkus, Junge. Haha! Jo! Was für ein Gönnermodus! Haha! Ich weiß gar nicht, was wir damit machen, aber das ist gut für den Start auf anderen Planeten. So. Ja, zumindest welche mitnehmen. Und eine kleine Turbine. Aktiviere die Ausgabe bitte am Kanister. Untersuchen. Kanister? Achso. Du. Bam, Junge! Haha! Drei Drucker. Haha! Süchtig, Junge! Was für ein glücklicher Mensch. Ja, Mann. Endlich Batterien. Jetzt nur noch Kurva Silikon. Mittlere Batterie ist das. Ja. Gibt ja keine großen. Du hast gesagt große. Warum heißt die mittlere, wenn das die größte ist? Ja. Keine Ahnung. Guck wie die abgehen. Bam, bam, bam! Müssen wir noch ein paar Plattformen bauen, oder? Ja. Ja. Wenn wir ein Silo machen, nur mit Dingern. Ja. 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 6-8 Stück mitnehmen und dann hast du eine gute Reserve für die schlechten Tage. Machst du den Ofen an, 30 Sekunden leer. Ja. 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 Wenn meine Blitze explodieren. Ja. 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 Guck wie schnell das geht. Ich kann nicht… Sieht aus wie ein Tesla Laden. Ich liebe das. Wir müssen noch ein bisschen Zink abbauen gehen, Bergsteiger. Bis gleich. Doch nur einen leeren Silo gleich. Junge, ganzer Traktor voll mit Batterellos, ey. Überkrass. Exo-Koffer. Richtigen Ausraster bekommen, fröhliche Ausraster. Warte, wie geht das? Was denn? 280.000 Byts, ok? Heftig. So große Batterie. Unterkunft, Auto Extractor. Ich brauche Lager, Lan. Alles voll. Extra große Schredder. Windturbine XLski. Module, extra große Plattform. B. C. Was ist C? C. D. E. Was ist C? C sieht ja monstreis aus. Ja, C ist korrekt. Das du glaubisch. Warte. Ich weiß nicht. Ich glaube, zwei Viererplätze und ein Achterplatz. Also zwei mal vier, drei mal vier glaube ich ist C. Oh, hast du was Entsperren? Alles entsperre ich. Labe. Aber alles. Nein. Nur das wichtige Blatt. Hier nix mehr. Mittelgrosser Druckerkammer. Was bist du denn? Forschungskammer? Großes Solarmodul. Nein. Große Ressourcenkanister. Großes Lager. Großes Ressourcenkanister. Bist du 400 Nuggets? Ja. Kurve 400 Batterien. Ja, aber Batterien kannst du da nicht lageren. Du kannst da keine Batterie lageren. Nein, aber Bauern aus. 400 Zink und 400. Jetzt vier mittlere Plätze. Großes Lager. Großes Silo A. Aber guck was du dafür brauchst für große Ressourcenkanister. Ja. Nanocarbon Legierung. Legierung. Ja. Das ist das hätteste, was es gibt. Habe ich schon vier Stücke im Rucksack. Ja, dann hol mal raus. Das ist gut. Nanocarbon Legierung. Wie macht man das? Was? Anfänger misst. Großes Lager. Großes Silo. Ich untersuche. Nanow? Wo bist du, Nanow? Großes aktives Speicher. Keine Ahnung was das ist. Akives Speicher. Leid bestimmt Batterien. Hade auf. Helium, Titanlegierung und Stahl. Titanlegierung ist Titan, Graphen und Stickstoff. Kurde, wir brauchen noch viel chemische Stoffe, ne? Vielleicht Titan, Wolfram, da ist leer. Kohlenstoff, Kohlenstoff kann Graphen. Ich schalte mal die frei, die alle so günstig sind. Mach, wir ballen ein paar Punkte, dann lohnt sich wieder einen Knödel zu holen. Großes Lager. Aber die Punkte gehen jetzt schnell weg, ey. Das braucht man nicht, das war 4000. Was gibt es noch hier bei dem kleinen? Autoarm. Anlegierung, Graphen. Graphen, Graphen. Graphen, Hydrazin. Kann ich Hydrazin verballern ein bisschen? Ja, kannst du, aber lass wenigstens drei da. Verspricht. Wo das Hydrazin? Verspricht. Hydrazin ist hinter den Druckern hier auf dem grossen Silo. Hinter mir. Batterie. Wo bist du da? Da wo die Batterie sind. Ah, Hydrazin. Jetzt schalte. Was ist das für Müll? Mittlere Solarmodul. Kupferglas. RTG. Oh. Ja, Mann. Das schalte ich frei. Das ist gut. Das ist der große RTG. Nanocarbon Legierung brauchen wir gleich. Kannst du gleich bauen. Ich baue schon. Ich versuche schon. Ich mache schon mal Grappe. Okay. Schrott, 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 Schrott zum Tauschen. Hydrazin. Zack. Graphit. Hydrazin. Das ist nicht Graphit. Das ist Kohlenstoff. Nein. Haben wir kein Graphit mehr? Das ist so. Das sieht aus wie Lithium, aber schwarz. Wie schwarze Igel. Ja, schwarze Lithium. Igel. Graphen. Warum habe ich hier Graphen? Cool. Ja. Ja, 41.000 Bittes haben wir noch. Bitte. Feuerwehrbrauch. Ja. Wasserstoff. Ah. Sondenscanner. Ammonium. Graphit. Ich will Graphit. Wenn wir haben. Nein. 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 Für mich. Hartquart. Boah. Hydrazin Jetpack, Alter. 15.000 Bits. Aluminium. Bytes. Waterfish. Sollen wir das machen? Das ist aber gute Frage. Eine halbe Sekunde nachdem jemand gesagt hat, Jetpack bei euch ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, das Ding, wie viel Hydrazin das frisst und so. Ich guck mal bei den großen Sachen. Ich fang beim kleinen an. Ich mach erstmal. Was sagst du zum Autoextraktor? Keine Ahnung. Achso, das ist der ohne Geländer kaputt machen. Ja. Du stellst ihn zum Beispiel auf Harz drauf oder Zink unten und dann stellst du dabei so eine Plattform, zwei Silos und der arbeitet selber und holt die Dinger da aus der Quelle raus. Und du kommst nach unten, holst du fertige Silos ab. Wie viel Spaß hast du da? 40 Sekunden? Ähm, ne, du fliegst woanders, kommst nach Hause, hast du wieder fertig. Arbeiten andere Planeten weiter, wenn du online bist? Äh, wenn du online bist, ja. Also, jetzt sind wir hier und Gas macht er immer noch da drüben, ne? Also du... Ja? Ja. Aber nur so lange du online bist. Zum Beispiel hab ich ja, äh, diese Eisblöcke da auf Glazio, hab ich da drauf getan. Sechs Stück und bin hier hin geflogen und, äh, bitte es laufen ganze Zeit. Ne? Warum läuft er nicht weiter? Wer? Der, der, muss ich neu drücken jedes Mal? Äh, oder dieses, äh, dieses Massenproduktionszeichen ist daneben. Sehe ich nicht. F untersuche. Ja, und dann hast du Startknopf und daneben. Automatik, okay. Automatik, go on. Ja. Sehe ich das erste Mal. Das ist ein guter Tag. Stahl, Exo-Chip, Wolfram Carbid, Jumi. Zieht 8 Energie, junge, junge. Na, es gibt hier, die zwei habe ich. Mittlere Sensorbogen. XL Sensorbogen. Patsching! Ah, Sensorbogen interessiert uns nicht die Borne. So. Ich werde jetzt hier noch zwei Batterellos bei uns drauf machen. Die zwei kleinen. Äh, ja. Schmeiß ich erstmal hier drauf. Graphen, Graphen, Diamant. Das ist cool. Diamant. Brauchen wir Diamant mehr, ne? Hydrazin, Silikon, Sprengpulver. Kohlenstoff, Kohlenstoff und Schwefel. Äpfel haben wir nicht. Argon. Eisen, Kohlenstoff. Total. Titan Legierung. Titan, Graphen. Ich brauche 5 Grad Titan. Sechs Titan brauche ich. So. Voll aus. Wolfram. Roland Storff. Ufa. Wo ist Titan? Haben wir noch Dings? Ich brauche ne Platte. Ne B Platte. Woa. So viel Junge. Woa. So viel Junge. Ich brauche. Wie geht's Titan. Ich brauche hier. Wie geht's Titan. Und dann kann ich es heute. Ich brauche hier, was ich bin. Wenn wir es jetzt hier zu machen, wöchern. Und dann bin ich hier. Ich brauche hier. ich weiß kein titan hier die dann war das nicht im silo irgendwo wir müssen noch titan ohne ende haben das ist gemisch glas ist doch was ist doch für mich musst du bei gas abteilung gucken haben wir echt kein titanium müssen wir doch haben die liegen vom stück aber war es das schon weiß nicht mehr hatte ich das gefühl aber wir haben ein paar platten und da was gebaut ja wir haben die silos gebaut aber dass da alles draufgegangen ist kann ich mich nicht erinnern und wollte ich jetzt machen so die tarn lege rauch ding stoff was macht er einfach nur aus der luft da Geht nicht hier, ne? Helium nicht, Wasserstoff... Brauchst du Keramik für irgendwas von deinen Legierungen da? Darin nicht. Okay. Darf ich mir zwei nehmen? Ja, ja, nehm. So, gerade Aluminiumlegierung. Habe ich alles voll. Warte, der. Was fehlt? Titan. Eine Packung Titan. Hast du noch Titan irgendwo liegen? Ne, ne? Was brauchst du? Titan. Welche Legierung machst du? Weil hier habe ich noch... Titan Legierung. Grafen habe ich noch und Alulegierung. Habe ich. Okay. Ich brauche nur noch Titan. Titan weiß ich nicht. Eine grüne Z-Wurfska. Also ich sehe auf Anhieb. Das ist nicht Eisen. Okay, egal. Mach ich nur die Fünfte, die ich habe. Irgendwas war da. F. Nanocarbon, Helium. Wir brauchen Helium. Stahl noch. Oh Gott. Stahl haben wir noch. Stahl nicht. Kein einziges Stück. Äh, achso. Musst du noch machen, ne? Eisen und Kohlenstoff, glaube ich. Oh Gott. Kunststoff. So. Nein, nein, nein. Was ist passiert? Was habe ich getan? Das wollte ich doch gar nicht. Egal, kann man trotzdem gebrauchen. Das ist scheiße. Kann man das abbrechen? Gib mir. Gib mir. Kann man das abbrechen? Ja. Ja. Aber kriegt man dann seine Sachen wieder? Warte ich nicht. Frag den mal schnell. Auch zu spät. Mann. Du bist Anfänger. Egal, lass ich jetzt. Sag ich doch. Ich mag die am besten. Weil die nicht so beliebt sind. Das war, glaube ich, das falsche Format. Ich brauche einen, äh... Berater. Berater. Ich gehe in die Küche. Ja, ich brauche mir auch einen. Ja. Bis gleich. 30 Sekunden. Lieber Chat. Ich bin schon weg. Ich höre dich nicht. Ich werde hier. Das war's. Ja, wir haben ja auch das. Du hast ja gar nicht meldet uns. Vielen Dank. Ja, ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Wir müssen die Anarche in der Hand schauen. Ich habe es. Ich habe einen Angriff. Ich habe das. Ich habe die Angebung. Ich glaube dafür brauchen wir den großen Drucker. Das ist fantastisch. Hier haben wir Eisen, ich brauche, ich brauche, ich brauche, warte, wir haben hier genug Dinger. Stab. Hast du einen Atmosphärenkondensator für mich? Nein. Weißt du zufällig, wo ich den baue? Ja, der ist auf Glazio und der andere ist auf Dings. Glazio, warte, ich brauche, ich brauche Schwefel, glaube ich. Nein, Schwefel kann ich doch hier selber bauen. Nein, ging nicht. In anderer Atmosphäre ging es nicht. Was brauchst du denn? Schwefel. Schwefel brauchst du? Titanlegierung Stahl Helium. Helium, Helium, Helium. Wasserstoff, Stickstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Wasserstoff. Helium brauchst du? Ja, ich brauche Helium. Ach du Scheiße. Das gibt es nur auf Atrox. Wir fliegen da gleiche. Mach schon mal Pofferraum. Ja, ich wollte letztens Methan holen, dann Atrox gut, weil da ist Methan und Helium. Ja, wir brauchen große Kanister davon. Oh, wow. Können wir nicht machen, weil wir haben nicht diese Silikon, wofür wir Methan brauchen. Das wollte ich dir ja letztens verkaufen, aber du wolltest es nicht. Womit verkaufen? Ich wollte sagen, wir fliegen statt auf Wesania Lithium suchen auf Novus. Keine Spielerei. Und da war auch Methan, da hätten wir 2,1. Keine Zeit für sowas. Ja, wir haben besser viel Zeit. Was brauchst du? Nächste Woche aufhören. Stickstoff. Helium brauchst du. Oh, der Fisch. Ne, Helium haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben hier einen dicken Container mit Wasserstoffkurve. Der ist geil. Ey, kann man das eigentlich, kann man das irgendwie Wasserstoff hier leer machen oder so? Ich weiß nicht. Auf der Seite liegen. Überall Wasserstoff, Stickstoff, 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 Wasserstoff. Ne, leider nix Helium dabei. Oh, dicke Platte gebaut, Alter. Ach so, Verzeihung. Na, Gesundheit dieser. Oh, sorry. Junge, geht da ab. Allergie gegen Wochenende, deswegen ich morgen arbeite. Ah, das ist gut. Rover, Rover, Erdzentrifuge. Mittelgroße Silo. Kanister. Kanister. Was müssen wir noch haben? Exo-Chip, ein ganzer, ja. Guck mal, kannst du dir angucken, die extra große Plattform C habe ich hier gebaut. Ja, das klingt nach deinem Heizkraftwerk. Einfach vier Silos, große Silos und da drauf Batterien. Ohne, ja, im Kreis. Purba, ich komme hier nicht raus. Was ist das für ein Schrott? Was für ein Smog. Eine mittelschwere Behinderung. Na, ich baue ein bisschen um. Jo. Sag mal, da drauf, wo du das gerade gerade gemacht hast, nicht ein Silo draufstellen. Für was? Für 34 Windräder. Ah, jo. 34 Batterien, Alter. Kannst du auch im Dunkeln leuchten. Ja, übertrieben hart ist das. Aber, was kann man da draufstellen? Dieses, äh, große Silo B? Ich wollte, ja, kann man. Lass checken, ob das geht. Ja, klar geht das, warte. Ich mach weg. Hier ist die Klickerei auf den anderen Monitor. Guck mal, das passt sogar zweimal da drauf. Lava. Zweimal? Zwei davon passen da drauf. Ha, boah. Stell dir vor, ja. Links oder rechts drauf, Steller. Ja, jetzt kannst du die Dinger da einfach drauf, ich hole. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, den elf, zwölf. Kannst du zwölf Batterien da drauf schmeißen, noch eine. Mhm. Wie kann man die bauen? Die Silos? Große Silo B. Oh, da. Ich glaube, zweimal Stahl brauchst du. Auf jeden Fall. Hast du auch bei den großen Druckern. Stahl brauchst du. Ich guck mal. X-Tahl. Stahl. Kohlenstoff, Argon, Eisen. Aber ich weiß nicht genau. Warte mal. Noch Eisen. X-L. Extra großes Lager. Zwei Keramik und zwei Eisen. Ne, das ist das falsche, sorry. Ich glaube, das ist bei dem mittleren Drucker. Der muss runter. Silo B. Der muss runter. So, warte. Guckst du, große Silo B. Atmosphären, Kunststoff, Glas, Eisen. Kunststoff haben wir, Glas haben wir, Eisen haben wir. Wir brauchen einen Atmosphärenkondensator. Brauchst du das? Okay, dann bau. Da drüben. Ach, drüben. Kunststoff. Kunststoff habe ich gesehen. Kunststoff haben wir noch, glaube ich. Ja, da war einer. Habe ich gerade noch leer gemacht hier. Ja. Kunststoff, Glas und Eisen. Eisen nehme ich mir eins. Ja, wir müssten, glaube ich, ein paar Kunststoffe wiederherstellen. Warte mal. Was braucht man dafür? Kunststoff ist Kohlenstoff und Gemisch. Haben wir noch Kohlenstoff? Easy. Da ist kein Stoff ohne Ende. Aber ich habe statt Graphen habe ich sie hingelegt. Graphen. Kunststoff hat er einen Kunststoff für mich? Äh. Angefunden? Der lag hier irgendwo. Ich habe noch nichts gefunden. Gewindungen. Ich habe den gerade in den Fingern gehabt, aber ich habe wo hingekommen. Zum Grundstoff, da sind wir hier. Gut, deine Akku sind fast leer. Ein Wind. Ich mache dir Kunststoff, ne? Ja. Ah, bewege dich. Ich war jetzt hoch, also jetzt ein Buggy, ein schematisch Buggy. Bewaffne dich. Alter, mein ganzer Rechner kackt ab. Ich weiß nicht, was los ist, ey. Keine Ahnung. Ist voll schade, finde ich. Ich muss ein bisschen Optionen runterfahren. Die Graka, ey, die Schmidt hier ab. Jetzt musst du ein bisschen reinigen. Ne, aber habe ich schon alles auf hoch. Was ist das, Junge? Egal. So. Haben wir noch Kohlenstoff? Nö. Ich glaube noch. Da drüben. Wie viel, wie viel Kunststoff brauchst du denn? Gar nicht. Okay, dann habe ich fünf Stück gemacht. Oder los. Okay, dann habe ich fünf Stück gemacht. Gemäß. Oft. ist ja so ein not dingen das könnte man eigentlich weg tragen haben benutzen wir nicht wirklich oft na jetzt nicht man hinter kraftwerk schmeißen da könnte der große drucker drauf ja der kleine kommt jetzt eh weg hier der kommt dann wieder mit aber warte wir brauchen zink dann würde ich noch mehr batterie los herstellen aber wir haben kein zink mehr wenn die hälfte davon gebrauch ist dann können wir das ist eine große zielo b bauen das große zielbähe ja ja größte sie liebe da ein dreimal für stahl brauchen wir argon eisen argon und hier liegt das stahl argon kohlenstoff und eisen argon kohlenstoff und eisen kohlenstoff oder wir haben noch kein aber wir müssen mal fliegen ein bisschen gase aber kohlenstoff haben wir auch nicht so nimmst du drei vier stück argon argon ist ein edelgas ja gibt es auf glasio auf einmal glasio besuchen da ist bestimmt schon voll argon mitnehmen eisblöcke reinschmeißen so sechs stück und wieder kommen was sagst du dazu was ist das für ein kanister den du hier drauf gestellt hat auf das war gemisch für plastik warte ich packe die rakette wo steht das wasserstoff hast du schon drauf gemacht die leeren kanister argon wir haben argon hier laba die kleine ja welche farbe hat ja blau ja dann bau mal schnell dann muss man sich nicht dahin begeben eisen kohlenstoff und da ja argon haben wir ein paar mal gebracht ich glaube da haben wir zwei stück gefunden die fertig waren was brauchen wir für stahl nochmal das holt mich so wolfram und kohle nein eisen und kohle aber wofür wollten wir stahl haben dreimal stahl silo b dreimal stahl brauche ich das ist so ein großes silo b womit man ok ich habe genug dann große silo b bauen war wir haben hier was zum frau aufgabe erledigt mittlere batterie kann ich abholen zwei geile sachen nicht auslösen nehmen wir mit was ist denn auf dem planeten wo wir entfliegen mit und zwei gaben warte mal wir wollen nach atrox guckst du bei atrox hier ist noch zum abholen buggy roversitz und bade sonne niedrig wind niedrig sehr gut gefahren sehr schwer ein großer rtg ist freigeschaltet ich würde großen rtg mitnehmen ja auf jeden fall da gibt 44 s roversitz und baggy abholen ja nehmen wir mit große salarmodule große wind turbine die könnten wir mitnehmen ich nehme mal ein silo ich habe mir ein silo bauen lassen so das eine silo würde ich sagen nehmen wir gleich mit ja mann und das andere silo wo ist das große silo na hier steht ah nein dann nehme ich das dann kannst du das da packen ich stelle dir dein hast du ein großes silo für deine batterie oh das ist gut aber hier auf dieser planet wir brauchen nicht so viele vielleicht können wir die einfach mitschleppen vom planet zu planet um am anfang gut zu starten dann brauchst du nur normale silo dafür ne dann nimm das hier unser flugsilo nein nein diese dann 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 sind die schon ausgepackt also die sind dann voll ja sind die nicht voll die sind leer wenn du die auspackst wovon laden die sich von deiner windenergie du bist 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 du jungen überglücklich ja du bist ganz anders glücklich ich könnte ja wenn das nicht ein clip werdet das sind 16, ne 12, 12 cool du könntest noch eins bauen dann hast du 24 von deinen Batterien wir bauen auch nur dreimal Stahl aber ich glaube Argon reicht nicht wir müssen Argon besorgen ja dann lass nach Glaccio fliegen da nehmen wir auch Titan mit und so aber dann schaffen wir es nicht mehr nach Atrox zu fliegen weil die Zeit ist gleich um wenn wir jetzt auf Glaccio landen das endet wieder im Baumodus aber da müsste schon so ein riesiger Gasbehälter voll sein mit dem Argon was du da brauchst echt? ja weil da habe ich das laufen lassen ich habe jetzt gedacht auf den letzten Axio oder wie das heißt aber alles schon mitnehmen was geht hier bauen Sauerstoffmacher, Plattform, Unterkunft, alles mitnehmen kannst du ja kannst du ja wir haben ja genug Platz auf der Rakete ja ja auf dem B 0 B kann man auf jeden Fall ich würde das vorbereiten als nächste Expedition dann heute vielleicht Glaccio Argon holen auch nicht Argon ich brauche Helium Helium brauchst du ja dann müssen wir auf Atrox aber Atrox ist Null ne da musst du die Basis von Null aufbauen ja sag ich da müssen wir auch mitnehmen alles Ethan Legierung und Stahl ich habe die Teile Regierungen ich habe Stahl und ich habe aber keine Helium sonst könnte ich dir Nanoc Nanocarbon Legierung liefern ja nur noch Helium alles andere habe ich vorbereitet ja zur Keramik kannst du dir in Tera Boston ja danke da bin ich freund großer aktiver Speicher jub mich nicht großer aktiver Rover sind mittel Rover lokomotive Waggon Cosmo Quatsch für dir was das ist nextobotter keine Ahnung Roboter 009 Lauch und Gifthahn Forschungskammer große Windturbine Plattform A Ressourcenkanister ah jetzt weiß ich was hier fehlt alter wo ist die große Rakete alter oh ja das Ding muss doch auf die Platte drauf um Batterien zu laden äh windet es ja wollte ich eben schon machen will sie nicht auspacken die ist schon ausgepackt entfalten oder so ne ne ah das ist die die kleinere war zum Falten ja äh Bahnhof Burrito Unterkunft Unterkunft Kunststoff zwei Kunststoff zwei Silikon Silikon haben wir nicht festgehabt ja Sauerstoffmacher wo war das kleiner brauchst du Sauerstoffmacher ja bei dieser Station für Verbindungen brauchst du das ansonsten brauchst du es nicht wenn du an der Station ein bisschen machen so ja wie du magst wenn Aluminium und Keramik ja gönn dir Keramik liegt hier stecke ich stecke ich dir drauf ja Wolfram Glas Aluminium ist alle nein jetzt nicht Atmosphärenkondensator ist hier drauf Damian hier ist noch Atmosphärenkondensator ich hab den gerade drauf geschmissen hab da einen gebaut Mittelgrosser Rova Mittelgrosser Rova Erdzentrifuge ein Rova Sitz Mittelgrosser Rova mit äh Leer Leer Erdzentrifuge haben wir irgendein Silo was wir mitnehmen können ja sind zwei Silos hier ne Ressourcenkanister ein Silo mit äh Dings es liegt hier drin mit Kupfer oder dann strippe ich das kann man leer machen lass mal leer machen ich helfe dir zwei Stück wären optimal für die Rovas ne bei der Expedition vielleicht ich glaub ich mach den äh Lithium Silo gleich leer da ist auch ein Quarz äh Dings den kann man auch leer machen so der wär schon leer zu zweit macht das viel mehr Spaß so ich knall das hier drauf soll der mal arbeiten der scheiß Ding mach das ok machen wir Alu draus mal gucken was da noch so geht hast du noch ein Lager kleines Lager Plattform Silo kleines Lager irgendwas was man hier drauf schmeißen kann da der tauscht das eigentlich hier vom von Silo wenn da Plätze frei sind dann geht das my bad alles klar ich verstehe dich aber ich muss in die Küche gleich hab nochmal argon du hast genug Küche gehabt ach die war Pause das schmeckt so gut heute klingt nach Wochenende wenn ich mal einen Tag nicht arbeite bei dir sieben Tage war der Wochenende nur bei Systemlingen so das ist deine Maid nein nicht da drauf da mitnehme Sauerstoffmacher Verbindungen ja man Erzkanister Sauerstofftanks RCG Licht ach so das können wir selber machen aber was ist das Leuchtfeuer so das können wir selber machen aber was ist das so das können wir selber machen aber was ist das Wir haben Ressourcenkanister, zwei Stück. Wir haben Rover, Rover-Sitz. Auf der Rakete ist Rover-Sitz. Ja, da ist noch einer drauf. Es sind nur zwei Verpacker. Wie kann ich Verpacker noch bauen? Mit, wie heißt das? Grafit. Grafit? Oh oh. Ich weiß nicht, ob wir es haben. Sollen wir Palen machen? Wo sind die schwarzen Iger? Ja, ja. Kannst du im Rucksack basteln. Ja, ja. Aber Material wird trotzdem klappt. Eisen und so ist fast alle bald. Ja, man müsste mal hier ein bisschen wandern. Ich würde hier so einen Elias mal drüber schicken lassen für sechs Stunden am Samstagvormittag. Ja, wie mal sammeln, Junge. Hier hast du fünf Euro Google Play Karte. Sieh zu, dass die Löcher da wieder voll werden. Ja, der macht das auch ohne Google Play. Der hat richtig Bock auf das Spiel. Der hat selber auf Playsy angefangen. Von Anfang an. Ich habe ihm da ein bisschen geholfen. Ja, was so wichtig ist. Ist schon wieder korrekt dabei. Das Gute ist, alle Batterien voll dann. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So einen Sino kannst du ja mitnehmen. 12 Stück. 13, 14, 16 Stück, Junge. Alle voll. Geil. Ich könnte auch den Rest entpacken. Aber wohin damit? Ich würde das mitnehmen. Ja, ja, kann man mitnehmen. Ist gut. Und eine Turbine und die soll dann richtig voll machen, wenn es dann los geht. Wenn man die Plattform bräuchten würde, ne? Welche Plattform? Irgendeine, wenn ich das benutzen kann. Warte. Rakette. Einmal drehen für dich. Aha. Zick. Was macht die denn da? Ja, hier. Gut. Ich hoffe, wir sterben nicht. Und das Ding geht verloren. Kriege ich Kotze. Wow, wie das aussieht. Richtiger Kernkraftwerk, Junge. Ips. Bam. Was brauchen wir denn noch? Haben wir denn alles oder was? Kondensator dabei, Roversitz. Rover. So, noch ein... Der Atmosphärenmacher ist drauf, ja? Ja. Ich würde noch ein Silo haben wollen. Für den zweiten Rover. Ja, ja. Der hat hier schon... Deswegen hast du ja Arbeit angeschmissen. Das muss dann jetzt runter. Bisschen strippen. Ja, Alu muss man da runterballern. Wo ist das hier? Wo war Alu? Wo war Alu? Wo war Alu? Weit hinten, glaube ich. Ja, ja. Alu ist wegen Überfüllung geschlossen, bitte. Hier war das, ja. Aber ist auch schon gut weggekommen, ey. Machen wir mal weg die Scheiße. Du. Nicht so. Sei doch nicht so gierig, Brüder. Ja. Jetzt muss man noch irgendwo das Lithium hinpacken, keine Ahnung wo. Die Meisters hier bei den Zilos. Ja. Wolfram Carbid. Okay. Ist leer. Okay. Gut. So. Mach noch einen Check oder so. Batterien. Ich höre Dings hier. Hidratin. Die kleine... 59 Prozent. 59 Prozent Hidratin. Ja, das müsste noch reichen. Wir haben 8 Prozent gebraucht für die letzte Reihe Heimfahrt. Oh scheiße, Alter. Wir haben keinen Platz für die große Windturbine. Wie ist das denn jetzt auf ATROX? Planeten... Beides schwach. Solar schwach, Wind schwach. Ach du Scheiße. Deswegen bauen wir beides. Wo ist denn das Ding? Das RTG? Das muss noch hier liegen, oder nicht? Ich habe es noch nicht freigegeben. Doch, das habe ich hier abgeholt. Muss hier liegen. Große Solarmodul auf jeden Fall mit. Ja. Große Windturbine auch mit. Ja. Buggy. Ist nicht RTG. Robersitz. Alter, ich habe das doch abgeholt. Leeres Terrarium kann ich ergeben. Guck mal nochmal nach. QRTG. So, das fertige. Ein normales ist hier. Ich schmeiß das auf der Wiener. Ist das das normale, das kleine QRTG? Okay. Ah, okay. Dann war das das kleine. Wie macht man denn das große? Dafür braucht man auch Lithium. So, Drucker nehme ich mit. Jetzt hier draus. Und was sie abfeuern? Hä? Wer wird abfeuern? Abfeuern? Große Windturbine. Warte kurz. Oh, Leon spielt morgen. Sollen wir noch große Plattformen mitnehmen? So zwei große B-Plattformen drucken und mitnehmen? Dann müssen wir da kein Harz suchen. Äh. Wie du willst? Weil die brauchen wir auf jeden Fall. Harzbrust du? Ja. Sechs Stück. Hier sind drei, vier, drei. Warte. Wo ist denn das Ding? Wo ist denn das Ding? Habe ich das noch nicht freigeschaltet? So. Mittelgroßer, das ist es, ne? RTG. Nanocarbon Legierung Lithium. Okay, hat sich erledigt. So. Äh. Zwei, äh. Zwei. B-Plattformen. Um schneller loszulegen. Große Plattform B. Okay. Bist du gestört, ey? Was denn? Nicht du. 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 Guck mal im Stream,eting jump mal her近 in den Chat. Ah. Äh. Warte co! Boach! Boach so! Boach! Warte. Dann plays und wake dich nicht auf Protest auf definite. Oh. Liebe geht raus an die zwei Mädels, ich liebe sie. Du hast Spaß. Ich grieße ganz fest, ich bin der Nightbot. Ich bin der Nightbot. Keiner wusste, dass ich eine Stimme habe, bis heute. Geil. Er ist der Nightbot. Lachflash bei den Mädels. Einfach Lachflash vom Feinsten. Lachkick maximal. Ich glaube, ich habe keine Webcam. Ich habe gerade kurz gepuppelt, keiner gesehen. So, diese Batterie kommt weg. Nein! Man darf keine Batterien verneinen. Die Mädels wollen was sagen. Hier auf deinen Kopf. Du. Sie sollen schreiben, dann werde ich sagen. Lena, du darfst auch. Komm, gib alles. Wir haben gerade null Zuschauer. Drei. Yes, Jesus. Warum drei? Null. Ich grüße meinen Vater. Oh, jetzt ist es wieder. Der Vater soll lieber zugucken. Dann hätten wir vier Zuschauer. Oh, da ist was fertig. Er ist da. Geh kischen, Junge. Was soll ich sagen? Der Vater soll seinen Prime Account machen hier. Ja. Grüße geht raus. Ciao, Akau. Hey, wir haben keinen Platz mehr für diese. Du hast einfach zu viele Batterien. Weißt du? Ich will nicht so laut sagen. Erdzentrifuge. Große Plattform. Komm, wir scheißen auf die Plattform. Wir brauchen noch mehr Batterien. Nein, Batterien genug. Ja, okay. So geht das natürlich auch, ja. Das kann man sich kennen, ja. Oh, die Lena. Die Lena. Die Lena hat vergessen, schöne Griffe zu schreiben. Warum hat sie eigentlich nicht Mutter gegrüßt? Weil die Mutter das nicht guckt. Warte, ich gucke auf Zuschauerzahlen. Äh, Vater auch nicht. So, wie viel Prozent haben wir an... Vater guckt einfach Netflix. 67, ne, 58. Ja, das reicht locker. 8% haben wir verbraucht. 59, wir haben 8% verbraucht. Von 67 auf 59. Ja, also CK 20 Staats kann man gönnen. Bist du drin? Lass abfliegen. Oh, Lena. Lena, hast du nicht ein Laptop? Lena ist wieder weg. So. Ich dachte, Lena hat ein Laptop von dir und hat sich geschnappt und noch eine Kante gepasst hat. Wir haben geguckt auf Flings. Gönn dir einfach 12 Euro und dann soll ein Mäntel zu mir spielen. Und zwischendurch Elias. Davai Kurva Z. Oh, Abflug? Ja. Bäm. Was haben wir vergessen? Weiss keiner. Egal. Ist jetzt nicht mehr wichtig. So, wir nehmen jetzt den schwersten Planeten, den es gibt, ne? Ja, Mann. Aatrox ist haff. Wir gucken, wie oft wir sterben. Ja. Bevor wir landen. Aatrox sieht aus genau wie Silvia, nur ist halt Aatrox, ne? Ist anders, ne? Ja, die Atmosphäre ist ultra. Scheiße, wir haben keinen Gasbehälter. Ja. Hab ich gesagt, wir müssen noch welche bauen. So, wir suchen einen Landeplatz da, wo Portal zu sehen ist. Was steht denn da? Was ist das für nach unten, da links von uns? Keine Ahnung. Muss gucken. Ohne Portal. Und Portal haben wir ja schon, das ist ganz oft genutzt, ne? Ja, aber das ist für später gut. Ach so, okay. Dass du die Basis schon da hast, dann hast du nicht weit, dann umzugucken, weißt du? Wenn du jetzt hier landest und Basis baust, Portal in der Nähe, dann musst du nicht mehr Rakete nutzen. Dann gehst du halt zu Fuß zu deiner Basis. Und da gibt es sowieso meistens so eine fette Basis. Da gibt es nur eine Landeplatz. Und da ist noch was unten rechts. Hinter deinem Schild jetzt. Aber so eine fette Giftwolke, Junge, da siehst du die scheiß Portale nicht, ne? Ja, da ist bestimmt das Beste. Da ist was. Wo? Oh. Unter uns jetzt. Ja, sind paar. Das Graue. Was ist das Graue da? Ach so, die haben alles ein Graues. Da ist ein Portal. Da ist ein Portal. Okay, dann nehme ich das hier. Das ist gut. Landing, Baby. Perfekte Landung. Direkt am Portal. Bam. Oh, ich krieg schon Atemnot, ne? Ja. Hahaha. Der kriegt schon Atemnot. Und wir sehen das Portal. Perfekt. Ja, Mann. Da sind wir. Wuhu. Bam, bam. Es gibt nur ein Problem. Es gibt keine Probleme. Ich habe keine Sauerstoffbehälter mit und kein Erdkanister mit. Somit kann ich nichts flach machen. Hast du was zum Flachmachen? Wo habe ich den? Ich habe auch nichts mit, Alter. Ich habe gerade irgendwo einen Sauerstofftank von mir gegeben. Ich habe nichts. Ich weiß nicht wohin, aber... Ich, ich doof. Ich habe vergessen. Dafür habe ich ein Lithium mit. Zum Glück habe ich einen Sauerstoffmacher hier. Und ein paar Verbindungen. Ab in die Rakete damit. Was ist das? Warum packst du die Scheisse aus? Brauch doch keine Sau. Ich brauche das hier ganz dringend. Du hast schon zu viel drin, Junge. Du hast noch zu wenig drin. Du hast keine Vorstellungskraft. Hast du was zum Flachmachen? Mach erstmal die Erde flach. Mach mal Basis. Ja, klar. Natürlich. Er packt alles aus. Ich mach dir ein bisschen hier plassen. Bam, bam. Ja. Ich mach dir erstmal flachen Boden zentrifugieren. Nee, du sollst das Kurva mit Kanister machen. Ich habe schon keine Luft, Kurva. Ich habe nichts mehr Luft, Junge. Über krass. Wie am Anfang. Kein Glas zum Dings machen. Ich glaube, ich hole mir das nochmal. Hab keinen Bock. Ja, sowieso Sauerstoffmacher. Bam, Gast. Du kannst atmen. Ja, sehr schön. Ey, kann man auch so fahren? Ey, guck mal, was ich gebaut habe. Leider. Einfach einen Deckengucker. Jo, was geht, Junge? Richtig geil. Kannst du eine Inspektion bei mir machen? Einmal unter Auto fahren. Aber das ist besser als diese... Nee. So, mach du mal. Ich geh mal kurz in die Küche, ne? Ja, mach. Ist ja klar. Wenn du ganz genau in die Küche halten hast. Legge dir das. Sie können in die Küche halten aus. Jusprache. Willst du mir ein? Schüình. Ich bin mir ab. Ich bin mir ab. Du bist nicht in die Küche. Ich bin mir ab. Ich bin mir ab. Ich bin mir ab, ich bin mir ab. Ich bin mir ab. Schön. ja mann morgen kriegt mein kleiner tönungsfolie auf die scheiben hinten ja mann weil das geil aus das gehe ich habe ganz vergessen dass das geil ist ja du hast ja auch in deinem also ich habe keine in keinem auto ich brauche das ja in meinem kundig gucken dann nicht fange an basis zu bauen hast du alles flach gemacht ok dann ich fange an große plattform ausgepackt sich einmal sick zweimal Einmal verbinden, Windturbündchen, zick, haben Strom, was ist das, Atmosphärenkondensator, braucht der Damian hier, der braucht Gase, Gase braucht er, dringend braucht er Gase. Welche Gase waren das? Stell dir selber ein, scheiß mir egal, du bist dafür zuständig. Argon und Helium bitte, aber schneller. Großes Solarmodul, aber das, das ist ein Viererkurve und das brauchen noch eine Plattformkurve, mein Freund. Hast du zufällig vier Hartz? Hatta. Ne, drei Hartz. Hartz, hart, hart, hart. Das ist gut. Das ist schon zu viel drin. Aha, ich atme. So schnell zur Rakete. Ganz schön Schrott, Junge. Hatte das Ding ausgepackt, ey. Was denn? Das hat ja ausgepackt wieder. Ja, wir brauchen eine, zwei Platten noch, Alter. So eine Scheiße. Aber wir brauchen dafür einen mittleren Drucker, den wir nicht haben. Voll die Ressourcen. Ach, das ist ein, zwei, drei. Ja, schwarte. Jetzt haben wir hier keine Drucker. Na was, das ist okay? Mit Lera Shreda Zwei Mal Gemäßig brauchen Haben Sie? Nein, hat er nicht, sonst muss er antworten Wie war es das? Ich bin dumm, oder? Metan, Fickstoff, Schwefel, Helium Boah, Helium, ey Ein ganz schwieriger Planet, Junge Ganz, ganz schwierig Mal gucken, wie schnell er das leer macht Oh, hast du Gemisch? Geil Dann, ich brauche Mittelgrosser Drucker Der macht das ganz schnell leer Wo ist die Plattform für meine Gemischdrucker? Für Solar Ich habe gemacht, ich mache mittelgrosser Drucker Und dann gleich mache ich zwei Plattformen Ich hoffe die Batterielager reicht aus So, das runter Das hier drauf Auspacken Große Drucker Große Plattform B Aber ich sage dir mal was, Junge Dieses Batterielager ist endgeil, ne? Das ist echt ohne Ende geil Ey Du hast doch hinten einen Und du hast keinen Soll ich auch Mal Aber die werden schon ausgesaugt die scheiß Batterien, ne? Ja klar Aber richtig heftig Weil die scheiß Maschine da voll am Abgehen ist Die saugt 20 S, ne? Die Scheiße Mann, 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 Mann Mann, 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 Mann Übergras, Junge Mein OBS stirbt Ich weiß nicht, was los ist Aber er hat keine Ausschläge mehr Wo sind die Dings? Warte, wir haben da irgendwo Sauerstoffmacher, oder? Sauerstoffmacher habe ich in die Rakete reingetan Packen sie aus die Scheiße Mach mal auf die Scheiße Bams Bams, Junge Ja, korrekt Ja, super Leider keine Zone Bams, Junge Bams, Junge Bams, wo sind die? Das ist awesome, Canesta Ah, gut vorbereitet, ne? Mit der Tesla Ja, Mann, ich habe gesagt, alles mitnehmen Ich brauche noch einen Sauerstoffmacher Wo ist der? Der ist in der Rakete nochmal, sage ich dir das Okay, ich verzeihung Ja Ich habe gedacht, du hast das schon geklärt Ja Ich habe gedacht, du hast das schon geklärt Ja Ich hoffe Warum macht der nicht weiter In der Batterie sehe ich gar nicht In der Rakete gibt es keine Doch Doch In deinem, da wo Roversitz Da habe ich den reingesteckt 50% Sauerstoff, Roversitz Sauerstoffmacher Da Den musst du auf die Plattform setzen Na ja, komm bald Obwohl dieser rennen kann Ich habe nicht mal eine Arbeitsleuchte, ey Was ist das für ein Abfuck Richtig schlecht vorbereitet, Junge Wie mache ich mir so eine Arbeitsleuchte? Kleine Batterie Oh, Sonne kommt Geil Stromverlängerungen Boosanpassung Batterieanpassung Hammer Bohrungsstufe Dynamit Flutlicht Leuchtstäbe Verpacker Kleine Drucker Verbindungen Sauerstofffilter Leuchtfeuer Arbeitslicht Was brauche ich? Kupfer Natürlich habe ich nichts mit Sauerstofftank Glas Habe ich nicht Ah Ja Abfuck Kleine Windtube haben wir auch nicht Komm, geh auf jetzt Du Scheissding Mach Produktion von Strom Unsere Batteriefabrik ist gleich leer Oh, letzte Batterie am Laufen, Alter Scheisse Oh, wir kriegen Strom von dieser kleinen Wien Große Solarmodul Baut Strom Aber er schafft es nicht Er macht 9 RS und das Scheissding zieht 20 Also wird da nichts aufgeladen Kein Problem Auch die beide schaffen nicht den Scheiss hier aufzufangen Ich lasse ihn noch einmal reinpusten Wo ist Atmosphären Helferuntersucher Ich mach Warte, lass ihn zu Ende bauen Der ist fast fertig, dann ausmachen Dann sollen die Batterien aufladen Der musste gleich reinschießen Ja Ja, jetzt Was ist das? Kurva hat er doch nicht abgewartet Ja, gespasst Hat er Dann hat er nicht Natürlich Egal Dann hat er selber abgebrochen So, okay Hör auf mit dieser Propaganda Meine Propaganda Der war echt lustig Der war schon My mir schreit Du hast mich sehr gut Du hast ein Bruch Ich habe es nicht Ja, das war manchmal Aber die Die Zeit hat immer gut Ja, das ist sehr gut Ja, die Sonne knallt wie bisher Ja, warten, ich denk mal Sonne baden Ich habe den Planeten noch gar nicht angeschaut Sieht ziemlich gefährlich aus. Was sind das für Viecher da? Meinst du, ich sterbe da? Ich glaube ja. Ich gucke. Ich probiere das mal aus. Nein, nicht wegmachen. Ich will gucken, ob die mich wegfressen. Lithium lasse ich liegen. Den lasse ich liegen. Ich habe sonst eh nichts. Nein, warte. Ich gehe gucken. La 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 la. La 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 la. La la la. Ah, ah. Sie töten dich. Siehst du die Schweine? Ja. Auf Silvio ist das nicht so. Ich dachte, sie töten dich. Vielleicht ich töte sie jetzt. Ich verstehe nichts. Ich töte dich. Ja, du hast alle erledigt. Okay, ich verstehe. So. Was gibt es hier sonst noch außer Gase, Junge? Reicht. Ich gucke mal in die Planeten. Atrox. Helium, Stickstoff, Methan, Schwefel. Steckige Atmosphäre. Aggressive, floratikisches Gelände. Hast du schon einen Gastank? Was? Hast du einen Gastank? Ich habe dir einen Gastank gegeben. Hast du noch nicht gefunden. Such den mal. Der liegt ja irgendwo. Ich habe den irgendwo hingeklatscht. Auf Rakete oder so. Du brauchst auch wieder eine Plattform. Aber Erdzentrifuge brauchen wir so nicht. Ja, er redt von mir. Entschuldigung. Das ist so unfair, dass du mich immer so fertig machst. Ich mach dich gar nicht fertig. Ich bin ein Wunder, dass ich immer um 19 Uhr schlafen gehen muss. Ja, ja, ja. Um mich zu erholen von dieser Strabatte. Das ist, das macht deine Frau. Ich mach nur den Rest. Du bist, meine Frau ist kurva Engel dagegen. Jetzt lüchte auch noch. Wo ist der zweite Tankgurde? Ich will den entweder wiederhaben. Oder du sollst ihn benutzen, du doof. Aber Aladin tut das nicht wirklich, ne? Die Scheiße. Ist voll. Ja, fuhu, kurva. Eine Batterie fehlt. So. Hast du schon eingepackt, deine Gase? Nein. Die liegen hier. Ja, die chillen hier. Die sind wertvoll, Junge. Kannst du mitnehmen? Ah ja, du hast ein Silo. Dann haben wir hier ein mitnehmen Silo. Ja. Lithium. Hier herunter, was sollst, wo ich sie da. Den habe ich eben einfach aus dem Rucksack weggeschmissen. Sollen wir ein bisschen Planeten erkunden? Ja, Mann. Lass sterben. Warum schmeißt du mir das in die Hände? Das war lustig. Oder wir warten noch, bis die Batterien voll sind. Dann fahren wir eine Runde gucken. Aber ich bräuchte 100% so ein bisschen Sauerstoff. Was sind das für Bälle überhaupt? Hä? Alter! Ich habe nicht mal meine Sachen mit. Du hast gar nichts. Es ist alles abgelegt auf Glatio. Dobra, ich komme gleich wieder. Ist mir scheißegal jetzt. Soll ich was nach Hause mitnehmen? Ja. Willst du mitfliegen? Urwalt. Warte. Weil ich fliege jetzt rüber, das ist mir zu blöd. Du bist der Vergaser. Wir lassen hier, warte. Ja, die Batterien sollen nicht aufladen. Ich stelle den kleinen hier drauf. Dann bestimmt auch Millionen. Urde, wie geht das? Den mache ich wieder an. Und wir machen eine kurze Part nach Hause. Nein, nicht Schwefel. Was brauchst du? Helium, ne? Helium, Mann. Warte, wo ist mein Helium? Ich brauche Methan für das, Silikon. Brauchst du nicht. Doch, warte. Wir nehmen noch ein Methan mit. Ist mir scheißegal. Noch acht Minuten. Egal. Die acht Minuten nehme ich mir. Methan geht schnell. Bis 1.06. Guck, wie schnell Methan geht. Der macht 100 pro eine Kurverunde. Sick. Wir nehmen fünf Stück mit. Und dann können wir auch Silikon machen. Machen große Gastanks. Und dann kommen wir wieder zurück. Nicht starten diese Dynamit. Danke. Vielleicht ein bisschen. Ich muss mal nachdenken. Ich brauche Sauerstofftanks, Erdtanks. Keine Aufsätze. Ach, Kurver. Was für Methan. Ja, okay. Ja, Aufsätze. Wo ist das denn jetzt? Okay, da. Nehme ich mit. Ja, hier ist es mit Energie sehr schwierig, muss ich sagen. Meine hat auch schon Energie tot. Du brauchst die Aufsätze gar nicht. Ah, ich weiß, was ich mache. Der ist doch hier drauf, ne? Der macht doch ein bisschen Energie drauf. Ja, Mann, wir haben doch sowieso drei RTGs. Ja, aber so kleine. Kurver. Nanocarbon Legierung und große RTG wäre schon geil, ne? Nein, warum ist die meine da? So, ich habe zwei Methan. Willst du rüber? Soll ich hier was anlassen an Gase saugen oder nicht? Ja, lass laufen. Für was? Helium. Helium. Alles klar. Durchlaufen, aber maximal. Okay, dann verpissen. Ne, RTG, lass mal drauf den kleinen. Hab ich, aber woanders, wo Platz ist. Warte, ich lasse meinen kleinen auch hier. Lass deinen auch hier, weil wir kommen gleich wieder. Ja, wer weiß, ob wir wiederkommen. Ich lasse wieder PC absturren, ich kenne dich. Ja, dann scheiß mir egal. Ich lasse meinen hier. Jetzt schreit er mich wieder an. Drei, zwei, eins, null und ciao. Ciao, Kakao. Kurver, ich drücke F und das passiert nichts. Aber da passiert nichts. Weil kein Robber sitzt drin. Ach so. Ich hab mir Robber nicht geklaut, der kleine. Ich hab nichts geklaut, du Spacko. Der Juan. Juan. Don Juan. Don Juan. Bann. Gut, hier. Sag, final geht mein Wecker rein. Was? Darauf noch einen Schluck. Ja, Schluck immer gut. Der Ball hat so. Der Kohl, ich darf nicht trinken. Ich darf nicht so durchstellen. Kurver, wo ist es, Silvia? Eine Schreibers-Dedicone. Voll gleich gelandet. Direkt an zu Hause. Machen Sie die Legierung zu Ende, bitte. Und ich mach mir jetzt meine Salami-Legierung. Salami-Regierung? Legierung. 2 Scheiben. 2 Scheiben, 60 Gramm Salami. Hast du deine Gase mit? Ich hatte zwei mit einem, dann hab ich die hingelegt. Okay. Und dann war mal weiter weg. Ja, okay. Ich hab die. Ich leg sie dir da bei Labor hin. Ja, leg mal hin. Ich lauf hinterher und legst du's. Ah, die Garte. Warte, du brauchst Helium einmal, Helium zweimal. Das ist schon wieder am Fressen. Hört man am Kurvakopfer. Klok, 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 klok. Salami-Titan-Legierung. Wo ist meine Titan-Legierung? Bam. Machst du jetzt Nanocarbon? Ja. Habu! Ready for take-off. Ah, ja. Ich will die sehen, wie geil die aussieht. Boom. Fertig. Wow. Kombinierte Perfektion. Sieht aus wie Slotis. Boom. Und wofür war das nochmal gut? Ich hab's schon wieder vergessen. Monster Lager C plus extra groß. Monster Lager C plus extra groß? Ja. Nein, für RTG braucht man das. Für große RTG. Nein. Keiner braucht RTG. Energie haben wir immer überall genug. Ich weiß nicht, was du mit diesem Monster Lager meinst. Ja, Ronda. Hab ich vergessen. Zeigen Sie, drücken Sie. Und zwar nicht, was du mit diesem Monat. Banov. Burrito. Untercom. Zollar. Monster Planete. mh 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 Was machst du denn jetzt? Oh, das ist größte Lager, das ist 400 Nuggets. Ah, okay, ich verstehe, okay. Also sag Silo. Sag ich doch Silo. Das müsste hier sein, glaube ich. Große Plattform-Krammel. Da, da war das. Wo? Ja, bist zu weit gefahren. Ein zurück. Und der? Zurück. Noch, äh? Ne, da, nach vorne. Da, da, zurück. Nein, nach rechts. Dräumer Keramik, Dräumer Stahl, Zink, Aluminium, Harz. Da, danach. Dräumer Keramik, Dräumer Stahl, Zink, Aluminium, Harz. Nohain. Großer Rowsitz. Großer Rowsitz. Lokomotive. Wagon. Wasch mag quatsch. Next Robota. Um. Um. Nougat. Großer Rowsitz. Ja, ja. Weiter, weiter. Welt offen. Nein. Weiter. Da. Ja, Mann. Hallo. Glastitan. 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 Oh, shit. Glastitan, wir haben reichlich Glas, wir haben reichlich. Schöne Glast. Ja, aber Titan. Reines Titan. Nicht die... Haben wir nicht mehr, oder? Hör auf mit die Propaganda. Das Spruch des Abends. Hör auf mit Propaganda. Gut, das hörst du bei mir in der Firma den ganzen Tag. Wie mich. Wir haben keine... Hey Romek. Hör auf mit Propaganda. Hör auf mit die Propaganda, du Psycho. Ich hab immer gedacht, Chicho. Kennst du vielleicht einen Marek... Nein, wie heißt der? Tomek Marek. Ne, kenn ich nicht. Wo sind meine... Wo sind meine Bora-Sachen, Kurva? Hier ist Erde. Nein, Bora. Brauchst du Erdank? Nein. Wo hab ich das... Weiß ich nicht, auf Latium. Nein, das hab ich letztens doch hier abgelegt, du Vogel. Okay. Guck mal den. Guck mal den. Guck mal, was ich hier komischeres gebaut hab. Das ist wirklich Plattforma. Lieber wir fahren das raus auf die Wiese. Nicht, dass das hier alles zerstört. So, das brauche ich. Das ist groß, oder? Alter, wo hab ich die Sachen hingetan? Ach, ich brauche noch Mienchen. Ich brauche noch Mienchen. Du musst nicht Mienchen, Kurwa. Ich brauche mich. Ich brauche dich. Du bist ein... Ich suche immer noch meine Kurve, meinen Bohrer und die Erweiterungen. Das kann doch nicht sein, dass sie weg sind. Wir haben doch hier letztens aufgehört, oder nicht? Nee, Alter, warum ist das jetzt weg? Bin ich nicht als Spiele in Session? Ich bin doch gar nicht dabei, Junge. Hä? Was ein Dreck, Alter. Bei mir steht das Spiele in Session, LD. Bei mir? Ja, ich bin LD. Und warum habe ich die Sachen nicht? Ich habe die drangelassen, die sind weg. Ein bisschen zu viel gekifft hier. Nee. Ich habe die nicht abgelegt, weil die letztens dran waren. Ja, die bleiben auch dran. Ja. So. E-Mail. Aber Stofftank. Ich sehe keine Batterie. Hier ist Exo-Chip. Nein. Deine Batterie ist Gewitz. Ich kann doch keiner ernst meinen. Das regt mich auf, dass die Sachen weg sind. Ich hätte ein kleines Terrarium für dich, wenn du möchtest. Ja. Kann ich mir auf meinen Kopf legen. Jetzt kannst du besser atmen. Meine Sachen sind weg. Ja, bau dir neue in. Nein! Leck mich Arsch. Such die richtig. Nein, die habe ich an der Flinte gelassen, Mann. Die sind doch immer noch dran. Das merkst du doch nicht. Ne, doch nicht. Lächerlich. Lächerlich ist das. Gehst du meine? Hier. Nein. War nur Spaß. Gehst du nicht. Nehm den so lange. Ja. Haha. Haha. Fang mich. Haha. So ein Scheiss. Warte. Ich wollte noch Silikon herstellen. Harz, Quarz, Methan. Harz, Quarz, Methan. Harz, Quarz, Methan. 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 Quarz. Quarz. Harz. Ich hole Harz. Zwei Stück. Bitte rot. Harz, Quarz. Kannst du noch ein paar Quarz da drauf legen? Danke. Ich habe schon Feierabend. Okay. Haha. Richtiger Deutscher. Ja. Hahaha. Ja, wie Rassist. Hahaha. Verlückter Rassist Hund. Ja. Hopje. Ausländischer Dreck nach Kurde Süd- und Nordafrika deportieren. Nur weil du AfD gewählt hast, Quarz. Mhm. Und du gesagt hast, Quarz, der Rassismus ist cool. Ja, das ist schon cool. Du willst, dass ich eine Bahn bekomme. Von wo denn? Hier kommt eh keiner. Ich brauche Harz. Nicht mal die Bahn Jungs. Bahn Jungs. Nicht mal Bahn Jungs gucken bei dir. Das ist voll Beleidigung. Ja. Twitch Beleidigung. Todes, ne? Richtig. Absturz halt. Äh. Äh. Harz, Quarz. Harz. Wo ist Harz? 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 Harz is the yellow one. Hä? Was fehlt denn jetzt? Yellow one. Hab ich. Natro Carbon Lagerum. Kein Methan mehr oder was? Hier hab ich doch. Spacko Kurwa. Hä? Ach so. Kein Platz. Hä? Okay. Silikon. You got the Silikon. Bitch. Ah. Daneben geworfen. Todes. Merkulusa. Merkulusa. Na. Hä? Du willst ja nicht weiter bauen, Jana? Na. 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 Warum sagt er das? Ich mach jetzt Todes Silikon, ne? Der baut ein Dildo. Ja, Mann. XXL, Kunde. Auf dem 4er Platz. Kranker Typ, Alter. Ich weiß nicht, wofür ich die C Plus Plattform gebaut hab. Ja. Ich weiß nicht, dass ich das nicht verbrief. Ich weiß nicht, was ich war. Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. Und ich habe mehr Zeit gemacht. Ich würde mich auf dem. Ich würde nur noch kommen. schon. Merkt ihn schon, der ist wieder voll aggressiv von da weg. Voll. Todes, todes voll, Junge. Geht da ein Drink. Mittelgroße Kanister. Ja, du kannst dir Silikon schneppen und hier diese mittelgroße Kanister bauen, ne? Brauch keiner. Okay. Aber endlich schon. Schwarz noch mal. Wo ist meine Rockette? Na. Das sich tauschen um. 3.200 Bits. Was? Dieser Knödel von da drüben. Habe ich einen mitgenommen in der Rakete. Aber echt? Geil. Ja. Das macht Laune. Das macht mega Laune. Okay. Hast du das N-Wort gesagt? Nein, ich habe mega gesagt und nicht das andere. So, ich geh mal. Coat-Tails wegbringen. Ja, ich pack. So, ich weiß nicht, wo die Mega-Tanks produziert werden. Mir egal, mach langsam Schluss. Lass noch die Mega-Tanks machen. Ja, Mann. Ah. So, ich weiß nicht, was man dafür braucht. Äh, äh, äh. Exo-Chip. Wie heißt das? Mittelgroße? Weiß ich nicht. Das Dank. Ich brauche Methanito. Von Helium. Große Ressourcen. Lager. Silo. Buggy. Das ist doch der kleine Drucker. Ist der noch Titan? Mensch. Ah, naja. Ich brauche. Ich brauche noch Glas, Junge. Ich brauche noch Glas, Junge. Scheiße. Dann bringen für mich. Gut, bevor ich Shutdown mache, alte vier. So, mach mal hier. Drei Gläser. Achtmal Glas bitte. Eure Rona. Dann machen wir acht Stück davon und dann haben wir genug. Ja, einmal drehen. Leg das wieder zurück. Das ist mein Glas. Ja komm, bring rüber. Zum Drucker bitte. Drauf auf die Plattform. Da werden die gemacht. Acht Stück und dann Ciao Kakao. Ja. Kann man die direkt irgendwie in die Rakete packen. Das wäre noch geil. Ah ja, ist egal, weil wenn ausgeht, dann produziert eh nichts mehr. Ratatouille. Ei in Senfsoße gekocht. Nein. Nein, danke. Was wird damit? Ratatouille. Nein, immer noch nicht. Ratatouille. Ja. War eine schöne Session, ne? Aber wie? Ich gucke dir diese vier Millionen Batterien, die aufgeladen sind. Auf sieben verschiedenen Planeten. Ja, man. Tesla hat gestartet, ja. Jetzt hast du deine Gastankskurve. Hast du deine Rucksackkurve. Ja, den mache ich wieder leer. Dieses Scheissspiel hat mir alles geklaut. Alle Verbesserungen. Danke. An Support. Ihr seid schwul. Legt mich alle am Arsch. Ist das schlecht, schwul? Nee, ist nicht schlecht, aber... Früher in meiner Jugend war das ganz normal. In meiner Jugend war das ganz normal. Du bist schwul, hat man gesagt. Bist du schwul oder was? Und da kennst du den Spruch nicht. Das war 2000er. Bist du schwul oder was? Ja, ja, ja. Genau du nicht, Kurva. Ich habe noch ganz viele Videos, wo ich... Wo ich mit diesem Spruch von einem Schwulen beleidigt werde. Ja. Er sagt Pizzi zu mir, eh du Schwuchtel. Mach ein anderes Spiel. Gut, ne? So, hat er noch was? Wer hat noch was? Du noch was bauen, haben, speichern oder ablegen? Nee, nee, ich glaube das war's erstmal heute. Ich lass meinen Rucksack. Ich bin ja hier Main-Charakter, ne? Vielleicht verschwinden dann meine Aufsätze nicht. Eigentlich dürfte nichts weg sein bei dir. Aber bei mir ist alles weg. Das finde ich richtig assig. Ich würde ja neue bauen. Wenn ich wüsste, wie man die Tränen wegkriegt, dann würde ich die neue bauen. Ähm, ja. Da habe ich Angst vor Kurzschluss. Ich guck mal, wo war das denn? Weißt du, ich baue mir die gleich selber. Mit deinem Spielstand. Jaaa! Und dann lege ich die hier irgendwo hin. Machst du ein Silo voll mit Aufsätzen? Booster Modus. Einmal Zink. Wir haben keinen Zink mehr, ne? Ja, Mann! Fuck you! Zink, wie heißt das? Zinkteile? Nein, Zink... Zink... Ja, toll! Einmal den... Ja, hau ab! Habe ich gar keinen Bock auf Diamant und so'n Scheiß, ne? Dann geh mal zur Luftlinie. Hast du? Ich bin fertig. Tschüss Freunde! Habios Amigos! Ciao! Ich habe Luft. Aber ist mir egal. Ich habe keine Aufsätze, brauche ich keine Luft, Junge. Du bist nicht so fest, ne? Ja. Mit Aufsätzen war auch keine Luft. Ja. Ja, tschüss.